So, Sepp ist verloren gegangen auf Navi 7 bei einer Erkundungsmission. Wir müssen ihn jetzt wiederfinden. Wir wissen nicht, was er da gefunden hat, aber ich denke, wir werden es herausfinden, sobald wir in die Hellpods gestiegen sind. Wölfe greifen an, mein Lord! Na gut, mein Team besteht jetzt nur noch aus zwei Leuten, inklusive je drei. Der Baron, das Fräulein und, naja, ade. Los geht's. Wir werden es separatend oder wegen Rechten? Ja, vielleicht ist er auch das Problem, weil er übergelaufen ist. Dann werden wir ihn erschießen. Alles ist offen. Okay, das sieht bloß aus. Sollen wir in nem Face landen? Ja, auf meinem Plan. Full Charge. Ich glaube, ich nehme auch das Schild mit. Ich glaube, das Gesicht hat... Ich glaube, Sepp hat das Gesicht auf die Oberfläche gemalt, um unseren Landungspunkt zu bestätigen. Ich werde die lebende Scheiße aus diesem Ding bomben. So, jetzt zu geil, der steht da, Kapsel, komm runter, geh vor. Was hoffe ich doch? Ich glaube, das wird jetzt richtig, richtig hart. Ja, es wird viel gekeilt und viel, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ach, da ist er doch! Oh! Er ist wirklich da! Verdammt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Irgendwie hab ich ihm nicht so wirklich Schaden gemacht! Ich auch nicht! Ronan ist übernommen! Jetzt nicht mehr! Oh, er beschwert auch Leute! Ich bombe ihn gerade! Oh nein! Er ist weggegangen! Oh, wir sind tot! Warum? Keine Ahnung! Ah, fuck! Loll! Okay, Laser ist es! Ähm... Ich glaube, ich habe hier ein bisschen Damage gemacht. Ja, der hat schon Leben verloren, so ist es nicht. Äh, hol wir uns mal wieder, Ade! Warte, bis voll dein tot ist, jetzt! Schnell! Ja gut, es ist halt Bossmechaniken kennenlernen, so ist es nicht unmöglich. Gott, das nächste Mal nicht direkt neben ihm landen. Okay. Ja? Gut. Ja, Baron! Yeah! Ach, ich bin mal direkt wieder da. Ich lauf nach links. Wow. Ich lauf nach, äh... Ich lauf in ihn rein. Ich lauf nach... Ich lauf nach... Ah! Nein! Okay, ich bin tot. Äh! Oh no! Ade, hol uns wieder! Anfrage ist bestätigt. Okay. Andersrum kriechen! Ja, er verwirrt mich! Ja, dann ist deine, äh, Laufrichtung umgekehrt. Na, sie kehrt sich aber die ganze Zeit um. Immer mal wieder. Ja! Muss man mir direkt wiederholen, ne? Na komm, das ist ja easy. Unterbeschutten! Ja, sie geht einfach raus. Könnt ihr mich wiederholen? Gerade dabei! Fuck! Oh, ich bin tot! Hm, und du kommst nicht wieder. Huh! Ah! Toll! Okay, Byron! Okay, Byron! Ich weiß nicht mal, wohin ich ihn treffen müsste, um ihn zu verletzen. Ich auch nicht, ins Auge? Ich glaub, wenn in seine Schnauze ran... Wow, du hast aber wirklich jede Kugel mitgenommen, oder? Nein, ich hab zwei... Ich hab nur eine mitgenommen. Drei! Ja, dann sind Feuer explodiert. Nochmal! Das ist bei mir! Ja, man muss einfach nur... Nicht mit ihm landen! Ja, und einfach intelligent ausweichen, in die vier Missionen. Ja, das ist das Gleiche. Ja, so, na dann! Frag mich, wieviel Schaden diese Waffen von dem hier machen. Oh, das wir kennen jetzt, das dumme Auge... Also mal auf das Freulein... Ein bisschen Information besser bleiben, so.. Jede fucking Rakete ins face... Ja, ich geh schon. Ich zirkuliere um ihn rum. Immer schön außenrum. Laser zu dir? Laser zu mir! Ich kam nicht mehr raus. Ja. Ade, holst du zurück. Ade, pass auf. Ja. Ach ja, stimmt. Es geht immer nach vorne. Ja. Ja, das hat er gepackt. Jetzt müsst ihr nur nicht schießen, weil es fallen, sonst getroffen wird. Ich bin schon weg. Ja. Laser. In mir sind so Leute gespawnt, ich bin tot. Noch nicht. Ja. Oh, Mist. Aber wenn er jetzt laser ist, habe ich keine Chance. Anfrage bestätigt. Ja, du brennst. Bisschen nach rechts, dann kann ich auch zu meinem... Werden, Ausdrückung ab. Ade ist down. Kannst du ihn zurückholen? Ja. Jetzt bitte Laser nicht. Andere Seite. Nein! Bitte Laser nicht. Oh ja, gute Idee. Pju. Nein! Ich bin auch down. Ja, ich bin instant gedaunt. Oh, fuck. Oh, wir haben einen Mitstreiter bekommen, der auf der Suche nach Sepp helfen möchte. Ach, ich bin verwirrt. Ich bin wieder da. Verhöhlenfeuer, Brandbombt. Renn nach links. Ich versuch den Mech wieder zu holen. Und euch. Ich hab euch wieder geholt. Ich bin tot. Es macht viel Schaden, die Welle, muss man ja sagen. Ade, du musst uns alle wiederholen. Hab ich schon. Docken! Oh fuck, ich bin sowas von tot. Du! Nein! Hallo! Oh. Ernsthaft? Das hab ich überlebt und dann sterb ich einfach random wieder? Deckung! Oh. Okay. Ich mag zu meinem Mech. Nein! Du bist unterwegs. Oh. Oh. Hol mich wieder. Nimm meinen Mech. Mach irgendwas. Ich bin tot. Er hat... Unser... ...Hilfe hat meinen letzten Mech zerstört. Wer werden? Du lebst! Was? Oh. Geh in den Mech! Nimm den Mech! Schieß die Granaten! Oder die Raketen! Dreh dich! Und schieß sie! Schnell! Oh. Nicht auf meiner Linie. Saftladen! Unser Kollege ist down. Ich hole ihn gerade. Okay. Ich bin auch down. No burn. Und den kennst du? Wiederholen? Ja. Ja. Warte. Ab. Barron geh raus! Ja. Ich versuch's. Ja. Sehr gut. Oh. Entschuldigung. Oh. Ich bin tot. Okay. Ich hab noch wieder geholt. Okay. Der Nerbheim. Sehr gut. Und ich wurde von Ade getötet. Das ist doch von mir! Du bist auf mich draufgefallen. Der Boss brennt. Spüre dein Schild in Feuer. Nein. Die Läufe seit mir tot ist gar nicht mal so falsch. Läuft sehr gut. Läuft sehr gut. Boah. Ich hab schon wieder geholt. Ja. Was zum? Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Ich hab Kevin wieder geholt. Ja. Ja. Oh man kann die Kugel zerschießen? Ja. Das wusste ich nicht! Anfrage bestätigt! Okay er holt uns wieder. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja mit dem Lava kann man mit dem Feuer kann man einen Teppich bilden. Ich bin instant pier gestorben. Wir gucken Kevin. Ja sehr gut. Der Luftschlag kommt. Das könnte unsere Rettung sein. Nein der rutscht weg. Fuck. Zum Teppich bin ich. Ich weiß es nicht. Ich bin tot. Okay ich bin tot. Wollen dann wiederholen. Ich hab wieder geholt. Aber ich bin auch tot. Ja fuck. Das Luftschlag aber auch ihn nicht trifft ey. Ja doch. Ein bisschen. Ich hab immerhin etwas. Ich hab immerhin etwas. Ich bin tot. Toad holt mich wieder. Ich bin auch tot. Wiederholen. Barron wiederholen. Ja ich werfe doch. Jetzt weißt du wie das ist. Ich hab immer die ganze Zeit angeschrien. Weil ob man macht. Nein nein. Ich heul wieder. Fötet einfach weiter. Ich hab wieder geholt. Er schafft das noch. Komm schon. Ich hab Kev Kevin geholt. Rotfalls überlebt. Einfach so lange bis mit dem Hüftschlag wie er da ist. Kann jemand Kevin heilen? Ne. Ja der macht das schon selber. Okay. Ich bin tot. Wiederholen. Kann nicht. Keine Rücksicht auf Verluste. Anfrage bestätigt. Scheiße. Irgendjemand muss jetzt. Erholt doch. Mein Tod. Ey. Fräulein. Pass auf. Ja. Ich stehe richtig doof. Ja. Anfrage bestätigt. Ich hab einfach mal wieder geholt. Sehr schöner Labyrinth. Teilweise auf ihm. Und wiederholen gleich. Bevor er down geht. Ich bin down. Kann nicht. Ist doch schon. Komm. Ja. Wo war's so tot? Wo wurde ich gedaunt? Toll. Ich wurde nicht wieder gerollt. Ich hole dich gerade. Ich bin down. Ja, genau. Er hat nur noch ein ganz bisschen Leben. Okay, Brennbrum bekommt. Wiederholen. Ah, diese Gottverdammte Scheiße. Oh, ade. Du lebst ja noch. Kannst du wiederholen? Ich bin tot. Tobi wieder. Okay. Schön. Ich finde es stimmt. Wow, er cleert Kevin zumindest, damit er werfen kann. Ich denke, ihr könnt die Kugeln zerstören, ne? Nein, ich bin immer instant verwirrt, sobald ich komme. Ich kann nichts machen. Fuck. Hol mal Kevin wieder. Ich kann doch nicht. Ich hab. Ach, schade. Ach, schade. Es läuft doch noch. Ne, wir hätten ihn fast getroffen. Okay, Luftschlag trifft ihn vielleicht. Das ist nicht schlecht. Toll, ich werde nicht wieder geholt. Feuer, hol wieder. Ich versuch's, ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht. Ah, fuck it. Ich hab's versucht, wirklich. Hä, so ein Bildrennen ist einfach scheiße. Weil seine Methode ist, glaube ich, die Böste drin. Ja, aber wir haben diese Waffen nicht. Ja. Dann sollten wir vielleicht einfach daran arbeiten, gucken, dass wir die finden, statt sinnlos in den Köpfer einzurennen. Ja, wir können jetzt auch gucken, dass wir... Ja? ...ne andere Taktik machen. Charon, komm! ...dass wir mal probieren. Weiß ich nicht. Okay, er nimmt mehr mit. Ich glaube, ich nehme mal was anderes bei Steam Mix. Nein, ich nehme das auch nicht mit. Was anderes mit. Tiefliegerangriff, Luftschlag. Stimmt, Luftschlag war gut. So. Oder einen Mix. Ja, vielleicht. For good measurements. Oh ja, und... Warte. Er nimmt jetzt Max mit. Er nimmt nur Max mit? Okay. Okay. Nehmen wir die Taktik. Dann halt nur Max. Dann Baron? Momentum. Ja? Okay. So. Wir müssen Sepp befreien. Mit unserem neuen Kameraden Kevin4265. Warum müssen wir den Sepp befreien? Ja, weil er doch verschollen ist. Vielleicht hat er seinen Grund. Okay. Bereit halten. Ausrüstung ist unterwegs. Ausrüstung ist unterwegs. Ausrüstung ist unterwegs. Das bestimmt eine Cyborg-Spitzel. Der bei den Illuminierten sitzt. Und er hat gesagt, dass er ein cleverer Spitze für die Cyborgs ist. Aufmerksamkeit ist unterwegs. Und er hat mit ihm. Die Karte hat ihn mit ihm. Die Karte ist nicht mehr als zu einem karteigen Worte. Und er hat mit ihm. Das ist aber echt ein komplexes Karte. Du wirst schon wieder geholt. Ja. Nach unten! Frohe dich, Kevin! Ade, auf dem Weg, da bist du. Ja, ich versuch's. Ich glaub, der lasert gleich wieder. Ja. Ja. Aber das war bei meiner Ehe fast leer. Okay, Ade, pass auf, dass du mich nicht wieder schießt. Du hast ne Ausrüstung ab? Der hat dir einen Mech geholt. Fuck. Ah, der hat sich einen Mech geholt. Oh, ich bin gerade am Aussteigen gewesen. Kannst du wiederholen, ja? Ja, ich auch. Okay. Wo? Nicht auf einer liegt! Erstmal Mech, denn... Warum wurde der Herr davor nicht getrunken? Du musst verstehen. Ade. Was ist der Fuck-Typ? Warte, unten. Unten! Okay. Ich seh nix. Ich auch nicht. Ade, bei dir steht ein Mech. Hey, Ade, holst du zurück? Ich kann auch nicht. Okay, ein Drittel hat er noch. Okay. Das sind jetzt Unsichtbare. Achtung. Ich seh es! Vor allem, geh ein bisschen zur Seite. Ich kann gerade nicht. Ach, schnell steck ein. Ich versuche es. Ich seh mich nicht. Okay, bist du drin? Jetzt? Ja. Sehr gut. Oh, neckerfläch. Mal neckerfläch. Na, komm, haltet drauf. Das wird diesmal was. Ja, ist gleich down. Sag uns, wo du Settversteck hast. Ach, ich werd gedowned. Wir müssen doch eben auch probieren, ne? Keine Übereile. Und mich wieder. Oh nein, doch nicht. Oh nein. Ich hab dich wieder geholt. Oh Gott, wir haben... Wo bin ich? Im Kaffel. Wir haben es geschafft. Ja, ich bin verwirrt. Ich kann nicht. Ist mir egal, ich bin weg. Und der Feuertal, ich sterbe. Krieg rein, krieg rein. Du kannst mir einfach rein. Ich kann nicht, ich bin verwirrt. Andersrum, andersrum. Kommt schon. Ich kann den keiner reinholen. Nein, ihr seid runtergebeiratet. Können wir da anscheinend. Und... Wo ist Sepp? Da, dahinten. Schön, danke. Schön, danke. Schön, danke. Schön, danke. Schön, danke. Schön, danke. Oh, wir haben die Errungenschaft. Oh, wir haben die Errungenschaft. Keiner hat zurückgelassen. Oh, was ist Sepp? Oh, gewonnene EP. Wow. Uh, also es lohnt sich auf jeden Fall, hier Bosse kaputt zu machen. Ja, wäre schade, wenn nicht. Der Oberst. Ja. Wow, Blendkanaten? Brauchen wir nicht. Heulein Oberst. Klingt doch gut, oder? Ja, echt. Oh, der braucht auch viele EP. Hm. Ah. Haben wir auch in die Belohnung? Ja. Oh, 150 Einfluss. Das dürfte man nur merken. Nein. Ja. Oh, die Anführer ist tot. Egal. Nein. Hab ich jetzt nicht der Anführer, das war nur der Verteidiger. Das war, ähm... Hall, 150 Bonuseinfluss. Ja, es geht ja darum, die Welt zu demokratisieren. Da ist Bonuseinfluss voll gut. Danke, ja. Dankeschön. Ja, wir hätten es, glaube ich, auch so geschafft. Ja, wir hätten es, glaube ich, auch so geschafft. Ja, wir hätten es, glaube ich, auch so geschafft. Ja, wir hätten es, glaube ich, auch so geschafft. Vielen Dank.